Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendaidekai und egal ob du absoluter Anfänger bist oder schon einiges zur Musiktheorie weißt, in diesem Video lernst du mit Sicherheit noch ein paar essenzielle Grundlagen. Dann legen wir mal los. Und wir steigen direkt ein. Ein normales Klavier heutzutage hat 88 Tasten. Diese sind aufgeteilt in schwarze und weiße Tasten. Wenn man sich die Tasten mal so von oben anschaut, dann sieht man ein bestimmtes Muster, das sich wiederholt. Am einfachsten ist das zu sehen, wenn nur die schwarzen Tasten betrachtet werden. Einmal zwei schwarze Tasten nahe beisammen, dann ein Abstand und dann drei schwarze Tasten zusammen, dann wieder ein Abstand. Insgesamt zwölf zusammenhängende Tasten. Dieses Muster wiederholt sich immer und immer wieder über die gesamte Klaviatur. Und damit hast du schon die erste Tonart bzw. Skala kennengelernt, die chromatische Tonleiter. Chroma ist altgriechisch und heißt einfach nur bunt. Man könnte auch alle Farben sagen und sich jetzt darüber streiten, ob weiß und schwarz Farben sind, aber lassen wir das. Die chromatische Tonleiter wird auch als in Halbtönen fortschreitend bezeichnet. Und damit ist auch schon das nächste Geheimnis enthüllt. Der Schritt von einer zur nächsten Taste, egal ob weiß oder schwarz, ist immer ein Halbtonschritt. Und hier gibt es einen kleinen, aber sehr wichtigen Unterschied zu beachten beim physikalischen Vorhandensein einer Taste und der logischen Zuordnung der Stufe einer Tonleiter. Einfach ausgedrückt, wie die gültigen Tasten der Tonleiter durchnummeriert sind, im Gegensatz zu der Nummerierung des Vorrats der vorhandenen physischen Tasten. Das gilt generell für alle Tonarten. Bei der chromatischen Tonleiter ist ein physikalischer Halbtonschritt und eine Stufe der Tonleiter identisch, weil alle zwölf zur Verfügung stehenden Tasten der Tonleiter als Stufe vorkommen. Mal praktisch angewendet. Bei der chromatischen Tonleiter werden alle Tasten von 1 bis 12 durchnummeriert, weil sie eben den zwölf Stufen der Tonleiter entsprechen. Beim C-Dur werden nur die weißen Tasten von 1 bis 7 durchnummeriert, die den sieben Stufen der vollständigen Dur Tonleiter entsprechen. Bei anderen Tonarten kann eine Stufe ein Halbton, ein Ganzton oder sogar noch mehr sein. Im Endeffekt ist es einfacher als es klingt, aber es ist wichtig, dass du das kennst und weißt, wann von was gesprochen wird. Eine Tonleiter ist fast immer eine Untermenge der vorhandenen physischen Tasten, außer eben der chromatischen Tonleiter, die hier mit der Anzahl der physischen Tasten identisch ist. Damit die Tasten aber auch benannt werden können, brauchen sie auch einen Namen. Auf einem 88-Tasten Klavier fange ich bei der ganz linken weißen Taste an. Und der Einfachheit halber wurden nur die weißen Tasten benannt und das Alphabet genommen. Also heißt die erste weiße Taste A, die zweite weiße Taste B, dann C, dann D, E, F, G. Und dann wiederholt sich das Muster schon wieder. Also die Namen sind ganz einfach die ersten sieben Buchstaben des Alphabets A, B, C, D, E, F, G. Die ganz besonders Schlauen unter euch wissen, dass das B in Deutschland und ein paar anderen Ländern ein H ist. Warum das so ist, das erkläre ich am Ende des Videos. Ich bleibe hier bei der internationalen Bezeichnung B, weil die zum einen wegen des Alphabetes einfacher und vor allem historisch richtig ist. Wie gesagt, später mehr dazu. Also A, B, C, D, E, F, G sind die sieben Namen aller Tasten. Das passt jetzt aber nicht ganz in unser Muster von vorhin mit den zwei schwarzen und dann den drei schwarzen Tasten. Dazu muss man wissen, ursprünglich fing das Muster tatsächlich mit dem A an, weil sehr viel Musik mit Seiten und Holzblasinstrumenten, also so etwas wie Geigeflöte, Cello mit dem Grundton A gespielt wurde. Irgendwann in der Klassik um 1600 herum, nachdem die Tasteninstrumente immer wichtiger geworden waren, wurden dann sehr viele Stücke mit dem Grundton C gespielt. Das ist die sogenannte Stammtonreihe C, die exakt unserem Muster entspricht. Die Stammtonreihe, also unserem Muster, wiederholt sich ja über die Klaviatur immer wieder. Damit man weiß, welche Stammtonreihe gemeint ist oder viel praktischer gedacht, welche Tonhöhe gemeint ist, wurde eine Grundstammtonreihe in der Mitte des Klaviers definiert. Das C dieser Stammtonreihe wird als eingestrichenes C bezeichnet. Es wird in der herkömmlichen Notation mit einem Apostroph über dem C gekennzeichnet. Aber es kann auch einfach C4 genannt werden, weil es bei einem 88-Tasten Klavier von links abgezählt das vierte C ist. Das A4 in dieser Stammtonreihe ist übrigens der berühmte neue Kammerton mit den 440 Hertz. Also bei einem Klavier ist C4 ungefähr die Mitte und das C5 ist eine Stammtonreihe höher und das C3 eine Stammtonreihe niedriger. Einfach. Sollte es sein, aber wie es so ist, verschiedene Hersteller, verschiedene Meinungen. So variiert das mittlere C zwischen C3 und C4 und bei den DAW-Herstellern wie Bitwig Cubase, Pro Tools Logic, FL Studio, Studio One, Ableton, Ardor wird es teils dann ganz wild. Stören wird dich das im Normalfall nicht, weil du den Ton nimmst, den du haben willst. Du solltest es nur wissen, wenn zwei Leute über eine Sache reden, dass sie verschiedene Definitionen darüber haben könnten. So, wir wissen jetzt, wie die sieben weißen Tasten heißen. Aber wie heißen die fünf schwarzen Tasten? Und ist diese Fünfergruppierung von Bedeutung? Ich fange erstmal mit der Gruppierung an. Wenn du so gar nicht Klavier spielen kannst, dann setz dich mal an so ein Klavier und drücke das Sustain-Petal runter, unten das ganz rechte. Und dann spiel nur mal die schwarzen Tasten. Das hört sich gleich mal gar nicht so schlecht an. Denn das, was du da spielst, gehört zu der pentatonischen Skala. Du spielst also gerade ganz korrekt in einer Skala. Pentatonik wird auch als Fünftonmusik bezeichnet. Penta ist griechisch und heißt fünf. Ein bekanntes fünferkiges Bauwerk ist zum Beispiel das Pentagon in Virginia, USA. Jetzt aber zu den Namen der schwarzen Tasten. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht zuerst. Die schwarzen Tasten haben keine eigenen Namen. Und die gute Nachricht, ihre Bezeichnungen werden von den umliegenden Tastennamen je nach Tonleiter oder Skala abgeleitet. Und so einfach ist das dann auch. Also, wenn in einer Tonleiter ein Ton um einen Halbton auf eine schwarze Taste erhöht wird, dann bekommt die schwarze Taste im Deutschen den Namenszusatz IS. Im Englischen SHARP. Und wenn ein Ton um einen Halbton abgesenkt wird, im Deutschen ein S und im Englischen FLAT. Als Beispiel nehmen wir mal die schwarze Taste zwischen dem G und dem A. Muss das G um einen Halbton erhöht werden, also statt dem weißen G wird nun die schwarze Taste gespielt, dann heißt die schwarze Taste im Deutschen GIS. Und im Englischen G SHARP. Und wenn das weiße A darüber um einen Halbton abgesenkt wird und damit die schwarze Taste gespielt werden soll, so heißt dieselbe Taste dann im Deutschen AS. Das E von dem S wird hier einfach wegen des Vokals weggelassen. Und im Englischen A FLAT. Die Taste hat also theoretisch zwei verschiedene Tonhöhen bzw. zwei verschiedene Namen. Das war auch früher tatsächlich so, wurde dann aber aus rein technischen Gründen zusammengelegt. Es gibt Klaviere, die diese zusätzlichen Tasten eingebaut haben. Aber mit der Festlegung der wohltemperierten Stimmung wurde all das vereinfacht und vereint. Dass ein und dieselbe Taste zwei verschiedene Namen haben kann, wird enharmonischer Verwechslung genannt. Das hat wie schon erwähnt etwas mit Musikgeschichte und der Entwicklung der Musik zu tun. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann schlage folgende Begriffe nach wie enharmonische Verwechslung, wohltemperierte Stimmung und vielleicht noch Kammerton und dessen Festlegung. Heutzutage ist und bleibt es aber immer dieselbe Taste mit derselben Tonhöhe. Und diese unterschiedliche Namensgebung heißt dann eben enharmonische Verwechslung. Nochmal der Vollständigkeit halber zurück zu den Namen der schwarzen Tasten in Deutsch und Englisch. Cis, Des oder C-Sharp, D-Flat. Dis, Es oder D-Sharp, E-Flat. Fis, Ges oder F-Sharp, G-Flat. Gis, As oder G-Sharp, A-Flat. Ais, B oder A-Sharp, B-Flat. Und die enharmonische Verwechslung betrifft nicht nur die schwarzen Tasten, sondern auch zum Beispiel das E und das F und das B und das C. Ein erhöhtes E ist dann ein F, ein abgesenktes F ist ein E. Ein erhöhtes B ist ein C und ein abgesenktes C ist ein B. Der Begriff enharmonische Verwechslung taucht nur hier und da auf und du solltest dich davon nicht verwirren lassen. Es sind heutzutage einfach nur verschiedene Bezeichnungen für ein und dieselbe Taste für verschiedene Skalen. Nochmal die Fakten zusammengefasst. Ein Klavier hat 88 Tasten. Die erste Taste ganz links ist das A. Die Namen der Töne der weißen Tasten sind die ersten sieben Buchstaben des Alphabets. A, B, C, D, E, F, G. Die Namen der schwarzen Tasten werden von den weißen Tasten abgeleitet, je nachdem aus welcher Richtung der Ton kommt. Und hier wird dann auch von einer enharmonischen Verwechslung gesprochen. Auf der Klaviatur gibt es ein Muster aus schwarzen und weißen Tasten. Das sind die Stammtonreihen. Der Abstand zwischen einer zur nächsten Taste, egal ob weiß oder schwarz, ist ein Halbton. Eine komplette Stammtonreihe aus schwarzen und weißen Tasten entspricht einer chromatischen Tonleiter, aus dem Altgriechischen durch Halbtöne gehend oder einfach nur bunt. Wenn du nur die fünf schwarzen Tasten spielst, dann spielst du eine pentatonische Tonleiter. Penta ist griechisch und heißt 5. Ich habe ja noch versprochen zu erzählen, warum es in Deutschland das H statt das B gibt. Was immer wieder für Verwirrung sorgt, wenn man sich nicht von vornherein auf einen Standard einigt. Als Standard würde ich immer die internationale Namensgebung mit dem B empfehlen. Sie ist auch die historisch korrekte Ursprungsversion. Das deutsche H und das im Deutschen abgesenkte B hatten früher andere Bezeichnungen. So hieß das H B Quadratum und hatte dieses Zeichen. Und das abgesenkte H, also das deutsche B, hieß B Rotundum und hatte dieses B Zeichen. Als die Menschen dann anfingen, die Noten zu drucken, statt handschriftlich zu kopieren, hatten viele Presswerke dieses Quadratum Zeichen nicht. Wir benutzten daher das ähnlich aussehende kleine H. So kam es, dass in Deutschland in Skandinavien und einigen westslawischen Ländern aus dem B Quadratum ein H wurde. Wie man heute so schön ironisch sagt, ist ein Softwarefehler, da kann man nichts machen. Lustig finde ich an der ganzen Sache, dass du außer dem Anfang des Alphabets eigentlich gar nichts kennen musst, um all das easy herleiten zu können. Und exakt diese Tatsache beschreiben sehr, sehr viele Menschen als sehr schwierig. Warum? Meiner Meinung nach kommt das daher, weil extrem viel Literatur und auch LehrerInnen das maximal kompliziert erklären. Ein Grund dafür ist vermutlich, dass sie das zwar verstanden, aber nicht durchdrungen haben. Oder sie einfach nicht gut erklären können. Oder sie sich einfach nur wichtig machen und daraus eine Pseudo-Geheimwissenschaft machen wollen. Nimm bitte daher mindestens diese sieben Punkte aus dem Video mit. In der Musik ist so ziemlich das meiste sehr einfach logisch herleitbar. Einiges hat auch geschichtliche Gründe. Oder einfach nur praktische Gründe. Aber nichts davon ist kompliziert, Teufelszeug oder Gottesgüte, das nur Eingeweihten zugänglich ist. Wenn du etwas nicht verstehst, dann fehlen dir die Grundlagen dazu. Und das ist eine gute Nachricht. Denn mit dieser Einsicht kannst du dich so lange zu den Grundlagen runterhangeln, bis alles einen Sinn ergibt. Also hör niemals auf, mit dem kindlichen Wieso und Warum zu Fragen. Fragen ist wie Lernen. Nur besser. Das war jetzt eine Menge Stoff, den ich so verständlich wie möglich aufbereitet habe. Natürlich gibt es in dem gesamten Musiktheorie-Universum noch wesentlich mehr Fakten und Grundlagen zu diesen und vielen anderen Themen. Aber als Einstieg sollte das erstmal reichen. Mein Name ist Odo Sendaidukai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.